Musik 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 Dann begrüßen wir aus Schweden Carolin Darko, die stellt ihr vor die 99 Bonkör, ein Hannoveraner Hengst vom bändeten Drehmas einer Sandre-Hit-Mutter, gezogen bei Birgit Tietjen. Bitte beginnen. Please start. Bitte start. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dass auch dann die Anlehnung nicht immer ganz gleichbleibend ist. Gute Verstärkung mit viel Schub, der Schritt, Mittelschritt und starker Schritt sehr gut gelungen, der versammelte Schritt auch in Ordnung, allerdings bei den Schrittgeräten hat er dann doch etwas seinen Takt verloren. Angaloppieren kurz fehlerhaft, aber dann wieder korrigiert. Im Galopp manchmal noch etwas Unterschiede, was das Tempo so betrifft, für den versammelten Galopp ist er manchmal etwas flotter, etwas schneller unterwegs, dann wieder etwas gesetzter und die Wechsel auch manchmal etwas größer, manchmal macht er die ohne die Hilfe und manchmal auch fehlerhaft. Also das ist noch nicht so ganz sicher. Sehr gut zu erkennen die Versammlungsbereitschaft in den Pirouetten, die beide dann doch sehr gut gelungen sind und eben die fliegenden Wechsel auf den Diagonalen doch noch ein klein wenig schwankend und mit viel Unterstützung der Reiterin. Insgesamt ist das Pferd auf einem sehr guten Weg und mit sehr viel Potenzial ausgestattet. Vielen Dank.